Das ist so krass eigentlich, Digga. So krass ist das eigentlich. Meine Brüder, ich hab die gedötet! Ich hab die gedötet, zwei Autos! Ich hab zwei Autos gebetet! Hat er gerade reingescheißt gesagt? Wer ist der Rapper? Sofjan. Sofjan, achso. Ich hab den One-Tap, Jumö, ey. Das ist ein Gefährlicher Right-Peak. Sofjan mit Worten los. Und an folgenden Tagen, ich geb dir einen Rat. Denk mal lieber drüber nach, bevor du ihn richtig verpasst. Hol den, hol den. Es ist nicht immer einfach. Hier verliert man schnell die Fassung. Da reicht ein falscher Blick. Ich hab den, ich hab den. Noch einer? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich hab den. Ach, das sieht raus. So, warum sind wir so leicht entzündlich wie Benzin? Mutsst du hier beim falschen Aufläufst du gleich auf allen vielen? Wir sind doch alles Menschen, hat man hier die gleiche Luft. Wieso reicht ein kleiner Grund? Aus der Mücke wird ein Schuss. Wir sind alle eine Bente. Oha, ich bin nicht so der Rap-Typ mehr, das wisst ihr. Aber es war gut, was er gesagt hat, gerade mit dieser Mücke. Aus dieser Mücke wird gleich ein Schuss, das stimmt. Die Hemmschwelle ist gar nicht mehr gegeben bei den Menschen. Aus der Mücke wird ein Schuss. Ab zwei, ab zwei. Nicht mehr, war es mal Rap-Profi? Ich wollte doch früher mal Rapper werden. Ab und! Ab eine, ab eine! Oh, den hat er auch noch geholt. Damals landen sie noch Don Carlos. Heute sind alle Feine für ihn harmlos. Mr. Bitcoin, der Herrscher über Los Santos.